Hallo und willkommen beim Workout & Stretch für unsere Schultern, weil wir wollen starke und flexible Schultern haben. Deswegen machen wir da jetzt ein kleines Workout. Wir machen vier Übungen für vier Runden und 15 Wiederholungen. Wir strecken die Arme nach vorne, Daumen zeigt nach oben und jetzt ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben schulterbreit sind. Das heißt nicht in die Breite, sondern wir möchten unsere Schulter verlängern. Deswegen platziere deine Arme lieber ein bisschen enger, weil du wirst wahrscheinlich mit den Wiederholungen dann eh in die Breite gehen. Wenn du es ganz genau haben möchtest, nimm dir deinen Yoga-Block in die Hand, der kann dir tatsächlich auch helfen. Nimm den Yoga-Block in die Hand, weil der ist super von der Breite her. Daumen zeigt auch hier nach oben und streckt deine Arme ganz durch. Das Erste, was wir machen, hier in der Position einmal die Schultern tief ziehen und dann ziehen wir unsere Arme neben unsere Ohren in die Höhe. Und von hier aus, die Brust bleibt die ganze Zeit auf der Matte und wir legen auch die Arme zwischendurch nicht ab. Wenn es geht, versuch durchzuhalten, lass deine Arme in der Luft und zieh sie so hoch wie du kannst. Also nicht ablegen die Zwischenarme, ganz durchstrecken und auch die Beine sind fest angespannt. Fußriss bleibt die ganze Zeit auf dem Boden. Arme strecken und von hier aus ziehen wir hoch, tief, hoch, tief. Die Arme bleiben die ganze Zeit gestreckt. Wir starten, wir machen alle Übungen, alle vier Übungen 15 Mal und wir starten gemeinsam. Nimm dir deinen Yoga-Block in die Hand, streck deine Arme ganz durch und zieh jetzt einmal hier deine Arme neben deine Ohren. Deine Arme sollten wirklich neben deine Ohren sein und nicht irgendwo hier vorne. Das würde nichts bringen. Du möchtest deine Hände, Obert und deine Schultern eigentlich auch wie im Legen in einer Linie halten. Wichtig ist allerdings hier, dass wir eben nicht so locker im Hohlkreuz sind, sondern dass wir auch unsere Bauchspannung behalten. Das heißt, zieh den Bauchnabel fest nach innen und schau, dass hier dein Rücken gerade ist, dass du weg kommst von dem Hohlkreuz und deine Bauchmuskulatur wirklich während der gesamten Übung fest aktivierst. Wir haben jetzt unseren Schultern ganz schön tief. Wir ziehen sie jetzt einmal zu den Ohren so fest, wie es geht und dann noch höher. Und das ist wirklich ein Step dazwischen. Einmal die Schultern zu den Ohren ziehen, noch höher. Da holen wir nochmal die letzte Kraft raus und dann lösen wir wieder und ziehen tief. Arme ganz durchstrecken, Bauchspannung halten und wir ziehen nach hinten. Also wir ziehen einmal die Arme wieder zu den Ohren, so wie vorhin. Und von hier aus jetzt ziehen wir nach hinten, so weit wie es geht. Und wieder vor. Machen das gemeinsam. Wir fangen an. Los geht's. Und wir knien uns jetzt etwas breiter hin. Also du kannst da ruhig breiter als hüftbreit sein. Orientiere dich vielleicht an deiner Matte. Über deine Matte solltest du nicht hinauskommen. Dann ist das Erste, was wir machen, wir nehmen einmal mit einer Hand unsere Ferse. Falls das noch schwer fällt, nimm dir deinen Yoga-Block und stürz dich auf den Yoga-Block ab, auf eine Erhöhung. Dann musst du nicht zu tief zu deiner Ferse greifen. Das geht auf jeden Fall. Das schafft jeder. Zu dem Ferse, zu der Ferse greifen. Wir ziehen die Hüfte vor, was geht. Und das ist jetzt tatsächlich ganz, ganz wichtig. Noch dazu öffnen wir die Brust. Wir ziehen die Schulterblätter zusammen. Öffnen die Brust, greifen zu unserer Ferse, ziehen die Hüfte vor. Und mit der anderen Hand, Daumen zeigt, wieder zu dir, ziehen wir jetzt 15 Mal tief in die Dehnung. Tief. Und ja, das war's auch schon. Super, dass du durchgehalten hast. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal.